Hi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich hoffe, du hast es dir bereits bequem gemacht und deine Kopfhörer aufgesetzt. Denn heute gibt es ein Mic Scratching Video. Mic Scratching Video. Aber vorweg möchte ich dir ganz kurz was zeigen. Und zwar benutze ich schon seit einigen Wochen das CBD-Öl von Hanfgeflüster. CBD bedeutet Cannabidiol und wird aus den Blüten und Blättern der weiblichen Nutzernpflanze hergestellt. Ähm, anders wie THC wirkt CBD nicht irgendwie berauschend oder so. Du bist nicht high, wenn du das benutzt. Denn CBD hat ein THC-Gehalt von unter 0,2%. Das heißt, es ist völlig legal. Und das CBD-Öl von Hanfgeflüster wird in Berlin produziert auf eine qualitativ hochwertige, natürliche und nachhaltige Art und Weise. Und ich kann dir einen Rabatt-Code geben, falls du das mal ausprobieren möchtest. Mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr gut geholfen, vor allem in der aktuell stressigen Zeit. Ich habe hier ein Studium begonnen und hatte wirklich die ein oder andere schlaflose Nächte. Aber das hier hat mir dabei wirklich ganz gut geholfen, zu entspannen, runterzukommen und einzuschlafen. Ich tropfe dafür immer 6-12 Tröpfchen unter meiner Zunge. Hier ist nämlich so eine kleine Pipette. Und da kann man das ganz gut dosieren. Dann lasse ich das kurz einwirken, mache mich also kurz fertig fürs Bett oder lese noch ein bisschen. Und dann werde ich auch schon müde. Und ich habe ganz coole Träume. Ich weiß nicht, ob es da rein liegt, aber es ist auf jeden Fall auch ein ganz cooler Side-Fact. CBD-Öl hilft aber nicht nur bei Schlaflosigkeit, sondern auch bei chronischen Schmerzen, wie zum Beispiel Migräne, generell Kopfschmerzen oder Regelschmerzen. Da kann ich allerdings nicht viel zu sagen, weil ich habe keine Regelschmerzen oder Kopfschmerzen. Genau. Und ja, mit meinem Code RELAXEDCBD sparst du ab einem Mindestbestellwert von 50,20€. Und wenn es unter 50€ sind, sparst du 15%. Einfach beim Warenkorb dann RELAXEDCBD eingeben und dann kriegst du die Rabatte. Genau. Du kannst gerne mal in die Infobox schauen. Dort findest du den Link zur Handgeflüster und auch nochmal meinen Rabattcode. Und ansonsten findest du auch alle wichtigen Informationen bei denen auf der Webseite. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit dem Video. Ich fange jetzt einfach an und werde rundherum mit meinen Nägeln scratching auf dem Popshot. und das Mikrofon zu machen. Und alles, was du tun musst, ist es dir bequem zu machen. Einfach nur da zu liegen und dich zu entspannen. Wenn du magst, kannst du auch die Augen schließen. Ich persönlich höre mic scratching total gerne, wenn ich lese. Ich höre mic scratching total gerne, wenn ich lese. Oder halt zum Einschlafen. Oder halt zum Einschlafen. Vielleicht in Zukunft auch beim leeren Verweis. Ich rufe auf dem unterhalten. Ich rufe auf dem 열stern. Ich rufe auf deinen Schlafen. Ich rufe auf demvasod und für das Wälder sinnstern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tick, 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 tick Tick, 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mike Scratch 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 Mike Scratch